Ich habe letztens ein Video gemacht über ein Attribut, das den Objektnamen ausgibt. Viele haben den Vorteil daraus erkannt, ein paar Programmierer haben aufgeschrieben, oh, wir wollen aber die Zahlen auslernen. Ich glaube, manche haben gar nicht begriffen, um was dieses Attribut sich dreht. Die können auch jetzt sofort abschalten und jeder, der jetzt einen Vorteil daraus sieht und das Material abgekürzt plus dieses Objekt haben möchte, dem zeige ich folgendes, was ich getan habe. Ich habe jetzt sozusagen drei Attribute erstellt, unter Attribute zuweisen. Darunter ist einmal das Autoobjekt, das Material und Mat-Objekt. Bei dem Bauteil-ID, das ich euch letztes Mal gegeben habe, bei dem Autoobjekt habe ich den Code jetzt aufbereitet. Da gibt es eine kleine Änderung, denn wenn ich jetzt das hier alles anfüge, überall anwenden, dann schauen wir mal überall nach, was dann passiert. Also bei dieser Gesamtwand, schauen wir mal, Benutzer, also wir haben hier das Material, ist keines gegeben. Schauen wir mal im Material, weil keines drin steht. Geben wir hier aber jetzt Stahlbeton ein und bestätigen. Dann muss es, es wird einmal reaktiviert, sozusagen. Dann ist in der Formel jetzt drin, STB-Wand. Wir sehen, das Material-Objekt gibt, das Mat- und Objekt bekommt STB-Wand heraus. Den Test, den können wir hier ignorieren. Der gehört sich nicht zum Problem. Das heißt, wir haben einmal das Material, das aus dem Material hier rauskommt und wird einfach abgekürzt die gängigsten, zum Beispiel Kalksandstein. Wenn ich hier Kalksandstein eingebe und bestätige und wieder sozusagen refreshe, dann finde ich hier das Wort KS-Wand wieder. Und das geht halt mit den gängigsten Dingen so drin, so weiter. Ich habe da ein bisschen Chat-GPT benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt Porenbeton zum Beispiel. Wenn irgendwas falsch davon wäre, ihr könnt es ja jederzeit selber ausbessern und weiterverarbeiten. Ich habe jetzt hier für Porenbeton PB. Aber mir geht es hauptsächlich eigentlich um Ziegel- oder Mauerwerkswand und um Stahlbetonwand. Und dann habe ich immer diese Auswertung. Jetzt haben wir aber auch 3D-Objekte, wie hier den 3D-Körper. Und 3D-Körper werden eigentlich als erweitertes Element ausgewertet. Aber auch hier habe ich das Ganze hier überarbeitet. Das heißt, wenn beim Auto-Objekt eigentlich erweitertes Element herauskommen müsste, weil es ein 3D-Objekt ist, dann greift er auf den Objektnamen zu. Das heißt, wenn ich jetzt hier eingebe, Stütze, dann wird auch hier die Stütze erkannt. Und jetzt kann ich natürlich noch das Material eingeben. Stahlbeton. Und schon habe ich hier die STB-Stütze. Ja genau, mit dem Attribute modifizieren geht das natürlich sofort. Und ja, das könnt ihr jetzt kostenfrei einfach wieder downloaden. Das sind 3 Codes. Das heißt, Code 1, nochmal, vielleicht kurz aufzeigen, damit man ein Step-by-Step hat. Auto-Objekt ist der Code. Hier einmal eingeben als Formel Text. Material einmal eingeben als Formel Text. Und da seht ihr auch die Abkürzungen. Da könnt ihr auch alles überarbeiten, falls irgendetwas falsch sein sollt. Aluminium habe ich als AL. Also ich habe jetzt nicht HLZ oder so Hohlochziegel oder sowas eingegeben, denn das sehe ich nicht beim Material, das sehe ich eher bei den Eigenschaften. Genau. Auch sowas wäre natürlich möglich. Und beim Material und Objekt habe ich einfach Material und ein Leerzeichen und Auto-Objekt genommen. So könnt ihr das Ganze dann für euch nutzen. Würde mich natürlich über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, servus, euer Peter. Ciao, servus. Untertitelung des ZDF, 2020